Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben zwei Mal in der Woche nach Stuttgart geflogen. Aber du nicht, oder was? Du mit deiner Band die ganze Zeit auf Tour, mit euren fetten Shows, diesen 1000 Trucks. Und wofür? Damit die ganze Welt die Scorpions live sehen kann. Rammstein. Was hat Rammstein denn damit zu tun? Ich hab bei Rammstein gespielt, nicht bei Scorpions. Na und? Jetzt sitzen wir hier 10 Meter unter der Erde in einem Bunker und wir kommen hier nicht mehr raus. Die Welt da oben ist kaputt. Ja. Ja. Du mit deinem Panikorchester. Ihr habt doch bestimmt Millionen von Bechern verschwendet. Ich hab bei Rammstein gespielt, nicht bei Udo Lindenberg. Ja, ja, der auch. Allein in Deutschland wurden jedes Jahr zwei Milliarden Becher auf den Müll geworfen. Das war doch krank. Siehst du mit mir, ich war doch gar nicht in Deutschland. Und die Welt auch nicht die ganze Zeit. Wir können jetzt schon mal nicht gewesen sein. Papa, für die Dinger sind zweieinhalb Millionen Bäume gefällt worden. Und jetzt kommst du mit sowas? Na ja, die Becher gibt's jetzt auch nicht mehr. Ja, jetzt, weil wir in der Zukunft sind. Hier unter der Erde sitzen und hier nicht mehr rauskommen. Die Welt da oben ist total am Arsch. Warum hat uns das eigentlich nie jemand gesagt? Alter, was mach ich denn hier? Ein bisschen spät vielleicht. Morgen ist es tatsächlich zu spät. Lass besser die Becher weg. Die Becher weg. Vielen Dank.